Ich habe eine ganze Hälfte, so, und als ich stoppe, kann man eine Öffnung nehmen. Dann schaue ich bereit zu zeigen, und erst stopp, und dann. Und das ist dann noch locker. Und dann schaue ich an das Feuer, ich sehe, und dann kann ich ein bisschen dabei hinken. Wie soll ich das tun? Eine ganze Zeit drin. Okay. Bei der zweiten Öffnung, du kannst du nicht so rennen. Aber nachheren, du kannst du nicht so rennen. Und dann schauen und stoppen. Das ist das. Du kannst du deine Arme so benen weit. Dann musst du so, so klap. Du kannst du immer so. In der nächsten Öffnung, du musst du... ...und dann schaue ich an die anderen. Dann musst du immer so rennen. Ja. Dann machen wir die. Ja. Vier Personen, unter elkaar. Die erste beginnt. Kloppen. An die und mit schauenden Team. Und die zwei Rundes. Als allebei zwei Rundes habe ich gedaan. Das sind überall camera's. Als ihr vorstellt. Dann kannst du dir vorstellen, als ihr dann gewonnen habt. Dann stel ich vor, als ihr dann noch ein... Dann habt ihr noch ein Jury. Dann Shin. Die кабuma sagt, wenn ihr die Jenna gewonnen hat. Die neue Erme. Ja. Die den Treuen Luca. Die hat gerund. Die dajen. Die jubel machen hat. Die gingen KAORNE. Wir haben gewonnen! Ich schuhe, wir haben gewonnen! Die Jury her.